so und da sind wir auch schon gut gelandet und war schön jetzt noch nicht hier runter das ist anscheinend das grab von dem herren von denen sie alle sprechen so und da soll ich jetzt sowohl hin ok so ich brauche also ein boot also doch dorthin es würde mich wundern wenn ich jetzt direkt zum damm kommen würde hmm jetzt kann ich ja wieder mit fernkampf drauf glaube ich hoffe ich kann ich das machen kann ich so und zwar den ach ne ich drücke mal die falsche taste ähm hmm die 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 Ja, der Mistkerl will an Bord. Ach du heiliges Hilfe. Okay. Ich könnte doch so zwei, drei mehr als ich dachte. Und ich soll da hin und da unten ist ein Boot für mich, natürlich. Ach man, kann es nicht mal einfach laufen. Oh, jetzt kommt die Sonne. Oh, die hat gerade geblendet. Und jetzt auf gleich. So. So. Oh, die Sonne ist heute ein bisschen unangenehm. So. 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 ich sehe die nicht. Das mit der Sonne ist maximal unangenehm. So. Irgendwo schlendert hier einer rum. Direkt über mir. Da ist er doch. Es tut mir leid. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Würde ich ja sagen, aber. Was wäre denn dezent? Oh, warte mal. Ich nehme die mal mit. Für den Fall der Fälle. So. Und dann gucken wir mal. Dass wir die natürlich auch gleich nochmal ein bisschen. So. Natürlich packen wir das da mit rein. Kurzer Lauf. Langer Lauf. Kurzer Lauf mit Schalldämpfer. Standard Lauf und Mündungsbremse. Ne, mal einen Schalldämpfer. Wollen ja so leise wie möglich sein. Kleines. Normales. Und erweitert das Magazin. Wir nehmen das erweiterte. Gucken wir mal das Ding so zu. Ähm. Ich da jetzt nicht ein Ziel drauf gemacht. So. Aber. Ich stelle auch gleichzeitig genau. Sehr gut. Oh. Mhm. Verdammt. Da oben. Da ist er. Da ist er. Ich sehe ihn. Leute. Er ist hier. Er ist hier. So. Leute. Einer von uns ist tot. wurde. Was denn? Blöden. Der. Wir. Die. 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 Wie viele haben wir denn noch von euch? So, hier gibt es anscheinend nichts, was ich mitnehmen könnte. Oh, doch. Wer sagt, dass ich mich verstecken will? So. Hier machen wir das Licht aus. Da machen wir das Licht aus. Ja. Ne, dich hatten wir schon. Ich noch nicht. Weißt du, du kannst dich vor mir verstecken? Keine Sorge, Sträumer! Da ist er! Hier war doch... Ah, da ist noch ne Waffe. Also, die scheinen mich entdeckt zu haben. Kommen aber nicht zu mir. Ich hab's gern ein bisschen dunkel hier. So, ich geh hier mal runter. Also, die Leute wissen zwar, dass ich da bin. Aber sie sehen mich anscheinend nicht richtig. Oh. Oh, da war was Neues. So, währenddessen können wir mal... Ja, ich weiß, ich hab eine neue Waffe. Dann wird schwerer. Langer Lauf. So. So. Weil ich es kann. Deswegen verstecke ich mich. Oh. Oh. Na komm. So, Material kriegen wir auf jeden Fall wieder. Das ist schön. Und so wie es scheint, haben wir unseren Wegpunkt erreicht. Was ist das jetzt? Ähm. Nipp, wir müssen da lang. So, irgendwo dort ist unser Boot. Anscheinend. Ich versuche mal so viele Leute wie möglich noch zu looten, damit wir da auf jeden Fall die Materialien bekommen. Und auch Ersatzteile. Oh, zwei neue Sachen. Wir machen natürlich auch alles aus, sofern es geht. Ich habe gerade unser Boot gefunden. Das ist gut. Also suchen wir natürlich nach Waffen und den dazugehörigen Anhängseln. Damit wir auf jeden Fall gut ausgerüstet dastehen können. Schön, dass die Messer so schön leuchten. War zweimal schön gesagt. Wow. Schön, richtig auf der Weltschul-Schein. Wer hat das gesungen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es vergessen. Oh ja, ein Soldat. Gibt es denn hier eigentlich die Möglichkeit, sich vorbei zu sch... Boah, nee, da gehe ich nicht rein. Äh, vorbei zu schleichen. Ohne dass man... Ohne dass man hier... Alles und je in Schlafen schicken muss. Weil wenn ja, dann hätte ich das auch ganz gerne versucht. Bestimmt irgendwie Wege und Mittel, dass man hier stirnt, heimlich. Jo, ich bin jetzt beim Boot. Jetzt schippern wir darüber. Keiner sieht mich. Keiner hört mich. Ähm. So, heute gibt es Suppe. Und zwar Frisch-Suppe. Bin ich mal gespannt, ob wir unserem Barsch begegnen. So, das ist so ein Anleger. Okay. Da haben wir noch ein paar Ersatzteile. Hier, alte Schinkenfotos. Ersatzteile. Ersatzteile. So, noch mehr Ersatzteile. Und Ersatzteile. Und... Oh. Nö. Stromiges. Na denn, wollen wir doch mal... Zum Bödele. Und... Nach draußen fahren. So, jetzt muss ich aber trotzdem mal ganz kurz... Ähm... Also muss ich gleich nach rechts abbiegen. So, und bevor ich das jetzt mache... Kann ich dich... Ja, gut. Kannst Licht ausmachen. Okay... 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 Komme ich da hoch? Okay, hier ist der Strahlenbett. Also wieder ein bisschen aktiv. Also so weit... Also so weit... Wirklich weit bin ich mit dem Boot jetzt aber nicht gekommen, ne? Um mal ehrlich zu sein. Also nicht so weit, wie ich gerne gewollt hätte. Weil im Endeffekt muss ich jetzt... Den ganzen Weg da hoch rennen. Also so wird das ja nix hier. Also, wir müssen uns auf... Also auf derster Wahlição. Mal. Mal.